Bhagavad Gita, Vers 2.16 Die Weisen, die die Wahrheit sehen, haben erkannt, dass das Inexistente ohne Dauer und das Existente ohne Ende ist. Zu diesem Schluss sind die Weisen gekommen, nachdem sie das Wesen von beidem studiert hatten. Erklärung Der materielle Körper ist dem fortwährenden Wandel unterworfen. Dass sich der Körper in jedem Augenblick durch die Aktionen und Reaktionen der verschiedenen Zellen verändert, wird von der modernen medizinischen Wissenschaft bestätigt. Auf diese Weise finden Wachstum und Alter innerhalb des Körpers statt. Aber die Seele existiert ewiglich und sie bleibt trotz aller Wandlungen des Körpers und des Geistes dieselbe. Das ist der Unterschied zwischen Materie und spiritueller Natur. Von Natur aus wandelt sich der Körper ständig, aber die Seele ist unvergänglich. Zu dieser Schlussfolgerung kommen alle Weisen, sowohl die Verfechter der Unpersönlichkeitslehre als auch die Anhänger der Persönlichen. Im Vishnu-Purana wird gesagt, Vishnu und seine Reiche sind von spiritueller Beschaffenheit und leuchten aus sich selbst heraus. Die Worte existent und inexistent beziehen sich einzig und allein auf spirituelle Natur und Materie. Das ist die Ansicht aller Weisen, die die Wahrheit sehen. Hier beginnen die Unterweisungen, die der Herr den Lebewesen gibt, die durch den Einfluss der Unwissenheit verwirrt sind. Die Beseitigung der Unwissenheit bedeutet auch, dass die ewige Beziehung zwischen dem Verehrenden und dem zu Verehrenden wiederhergestellt wird und dass daher der Unterschied zwischen den Bestandteilen, den Lebewesen und dem höchsten persönlichen Gott erkannt wird. Man kann das Wesen des Höchsten durch ein eingehendes Studium der eigenen Person verstehen, in dem der Unterschied zwischen dieser und dem Höchsten als die Beziehung zwischen dem Teil und dem Ganzen verstanden wird. In den Vedanta-Sutras und ebenso im Srimad Bhagavatam wird der Höchste als der Ursprung aller Emanationen akzeptiert. Solche Emanationen sind von höherer und niederer Natur. Wie im 7. Kapitel offenbart werden wird, gehören die Lebewesen zur höheren Natur. Obwohl kein Unterschied zwischen der Energie und dem Ursprung der Energie besteht, wird dennoch deutlich erklärt, dass der Ursprung der Energie, der Höchste, und der Energie oder Natur ihm untergeordnet ist. Daher sind die Lebewesen immer dem höchsten Herrn untergeben, wie der Diener, dem Meister oder der Schüler, dem Lehrer. Eine solche klare Erkenntnis kann man unmöglich verstehen, solange man sich unter dem Zauber der Unwissenheit befindet. Um alle Lebewesen für alle Zeiten zu erleuchten und ihre Unwissenheit zu vertreiben, lehrt der Herr die Bhagavat Gita.